Der Sepia ist eine Konstruktion von Tim Kleinschmidt. Auch dieses Modell ist als Frästeilesatz beim VTH zu erwerben. Es ist ein Modell, das kein Vorbild hat und ist optimiert für den Kunstflug. Hat eine Spannweite von 1,38 Meter bei einer Länge von 1,40 Meter. Ein Abfluggewicht von 3600 Gramm und wird angetrieben von einem 90 Millimeter Inpeller. Also hier ist man im Grunde genommen eine freie Auswahl. Und hier in dem Modell ist jetzt ein Demotec-Midi-Fan installiert. Das Modell, sagt er, ist extrem gutmütig. Also ist auch als Intermediate-Modell geeignet. Also so als zweites, drittes Modell, wenn man so ganz gut zurechtkommt. Weil er sagt, es ist extrem gut von den Schwingeigenschaften. Das ist ein Strömungsabriss bei dem Jet auch kaum, nur herzuführen. Also auch hier extrem gutmütig. Ich denke, das wird der Tim uns nachher auch noch zeigen. Wir sehen aber auch hier bei dem Modell mit Elektro-Antrieb, dass auch die Leistung von dem Elektro-Impeller sehr gut ist, sehr hohe Leistungsdichte hat. Und das Modell sehr schön, sehr schön geflogen werden kann. Das Modell ist ein bisschen besser, aber es gibt den 4.000. Ja, vor allem der kann ja auch, der kann seinen Freien einschlagen. Ihr seht aber ganz schön geflogen. Wir können es heute Abend im... Ja, machen wir es schon. Hat wir noch nicht? Ach so! Du musst jetzt keine Rins machen, das stehe ich jetzt mit Arme. Wenn wir das noch nicht so befinden. Ja, das ist aber schon mal. So, Tim, kannst du uns mal den Langsam-Flug zeigen? Einmal ein bisschen oben, ein bisschen die Fahrt rausnehmen. Wir wollen dir mal zeigen, wie langsam das Modell geflogen werden kann. Jawohl, dazu hat er jetzt die Klappen gesetzt und zieht das Höhenruder jetzt immer mehr durch. Jawohl, ein bisschen Leistung hat er gesetzt. Da sehen wir, da ist jetzt kein Kippeln oder sowas von der Fläche her zu sehen. Aber man sieht, das Modell ist auch im Langsam-Flug immer noch sehr, sehr gut steuerbar. So, der Tim macht das obligatorische Flächenwinkel. Das heißt, er hat seine Vorführung beendet, jetzt kommt gleich das Fahrwerk raus. Jawohl, da haben wir es und dann kommt er zur Landung rein. So, hier ist von der Landung erstmal die C4-EDF. Super, sehr schön gemacht, Tim. Okay? Super, sehr gut.